Herzlich willkommen zu diesem Video, das sich heute um das große Thema Verstand, Denken, verstandesorientierte Fragen, Hochrechnungen des Verstandes und Wahrscheinlichkeitsrechnungen dreht und vor allem um die Frage, was bringt dich weiter, was für ein Denken hilft dir auf dem Weg und welches Denken ist kontraproduktiv und bringt dich nirgendwo hin, verzögert deinen Weg. Wenn du mehr wissen willst, bleib dran, in wenigen Sekunden geht's weiter zum Video. Bis gleich, deine Helga. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gehe ich auf das Denken ein, auf den Verstand, verstandesorientierte Fragen, Fragen, die sich in die Zukunft richten, die dann von dir weggehen in eine ferne Zukunft, die noch nicht da ist, also aus dem Jetzt heraus wegdriften. Mein Name ist Helena Rauchschindel. Ich mache seit langer Zeit hier Videos und arbeite mit Menschen, die auf ihrem Dualseelenentwicklungsweg, ihrem Seelenpartnerweg an Punkte rangekommen sind, wo sie nicht weiter wissen und bringe wieder neue Impulse und Möglichkeiten, wie es weitergehen kann und wird, damit du vorankommst auf deinem Weg. Zurück zu diesen verstandesorientierten Fragen. Da ich meine Videos ja immer auch aktuell halte und wenn ich merke, es kommen vermehrt wieder verstandesorientierte Fragen auf, auch in den Feedbacks, in den Kommentarfunktionen bei YouTube, dann greife ich das Thema auf und verwerte es dann in einem Video, so auch heute. Worum geht es denn bei dem Verstand und bei dem ganzen verstandesorientierten Denken? Es geht darum, dass der Verstand keineswegs per se schlecht ist und verteufelt gehört, sondern dass er ein sehr nützliches Werkzeug ist für dich und deinen Weg, wenn du ihn weißt, richtig zu nutzen. Das ist ja wie bei allem, wenn du einen Nagel in die Wand schlagen möchtest, dann ist ein Hammer das optimale Werkzeug. Wenn du aber dagegen eine Zange nimmst oder was ganz anderes, dann ist es nur suboptimal und bringt dir nicht diesen schnellen Erfolg, wie wenn du halt den richtigen Werkzeug aus dem Werkzeugkasten holst. Genauso ist es mit dem Denken und dem richtigen Analysieren und Nachreflektieren über den Verstand. Besser gesagt, mit dem Verstand, weil der ist ja auch eine Stütze und kann dir sehr wohl auf dem Weg auch sehr hilfreich sein, wenn du dir, wie gesagt, die richtigen Fragen stellst und nicht die, die dich im Schmerz festhalten und nicht weiterkommen lassen und den Weg unnötig verlängern. Nun, von welchen Fragen, die jetzt quasi dich nicht weiterbringen, spreche ich denn jetzt hier in dem Video erstmal? Es sind solche Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Also, da du keine Erfahrungspotenzial hast in diese Richtung, kann dir dein Verstand diese Fragen nicht beantworten. und Fragen, die auch in Richtung deiner Seelenpartnerin hin zielen, wie warum macht er nicht weiter, warum geht sie nicht voran, warum trennen sie sich nicht, warum macht er dies, warum macht sie das, wieso dauert es so lange, warum habe ich immer dieses Problem, wieso komme ich nicht weiter. Es gibt noch massenhaft von den Fragen, die wirst du sicher alle auch selber schon gedacht haben oder möglicherweise gerade drinnen stecken, in solchen Verstandesorientierten Fragen. Also solche Fragen, wieso, weshalb, warum, in Richtung deiner Seelenpartnerin oder deines Nichtvorankommens, sind einerseits nicht sinnvoll, andererseits sind sie sinnvoll, wenn du anfängst, dann reinzuspüren, was es mit dir macht, dass du diese Frage dir stellst, Beispiel, du stellst dir immer wieder die Frage, ja, warum geht meine Seelenpartnerin, mein Seelenpartner jetzt nicht endlich ihren eigenen Weg, befreit sie aus dem ganzen Schlamassel, wo sie festhält und wir kommen endlich als Paar zusammen. Diese Frage stellst du dir, mit Sicherheit auch berechtigt, das sei mal dahingestellt, ob unberechtigt oder berechtigt, aber es ist die Frage, die sich immer wieder in dir auftut. Gut, nun ist hinter dieser Frage ja auch eine Empfindung, ein Gefühl, eine Bedürftigkeit, ein Bedarf, nämlich den Wunsch, der Wunsch, du willst mit der Frau, mit dem Mann zusammenkommen, in eine Beziehung, ist ja auch durchaus berechtigt, dieser Wunsch. Zweiter Schritt war der Nachfragen, was ist der Hintergrund? Und dritter Schritt ist dann, was macht es mit dir, dass du eben das nicht hast, dieses Zusammenleben mit ihm oder ihr? Was genau geschieht in dir? Kommt da Frustration raus? Wut, Trauer, Ärger, was auch immer, oder Traurigkeit, die sich zum Weinen bringt, zum Weglagen? Wenn du das dann tust, sind diese Fragen durchaus auch sinnvoll. Du erkennst, okay, ich bin traurig, weil es nicht weitergeht. Woher kommt diese Traurigkeit? Ich fühle mich nicht gesehen, ist der nächste Schritt. Ich fühle mich nicht geliebt, hinten angestellt. Und schon tauchst du immer tiefer in das eigentliche Thema, sozusagen dein Problem hinein, was das Ganze hier ausgelöst hat, nämlich deine Bedürftigkeit, dass du dich mit dir selbst alleine nicht wohlfühlst, dass du im Außen jemand oder etwas brauchst, damit du glücklich bist. Wobei dieses Glück auch nur ein Scheinglück ist, weil wie in jeder Beziehung gibt es immer wieder Herausforderungen. Dein Partner, deine Partnerin sagt etwas und wirft dich damit sofort in die Frustration, in die Trauer, in die Wut, in was immer auch hinein. Das heißt, wenn du mit deinem Seelenparten zusammenlebst, heißt das noch lange nicht, dass es immer alles wunderschön ist, dass es super ist und es gibt da auch ganz heftige Zeiten, wie ich es erlebt habe. Wir haben ja Zeiten, wo wir ganz oft zusammen sind, wo wir auch mal uns spiegeln und früher auch stark gespiegelt haben. Und in diesen Zeiten, wo wir dann zwei, drei Wochen zusammen sind oder waren und dann ganz klar auch im Alltag leben, erfahre ich immer wieder, dass er Dinge anders tut, wie ich es machen würde. Und natürlich war da zu Beginn ganz viel Abwehr bei mir, Widerstand, das kann er doch nicht so machen, das geht doch überhaupt nicht und das muss er doch ändern. Und da gab es natürlich auch da heftige Auseinandersetzungen. Was durchaus in jeder Beziehung ganz normal ist. Also diese Seelenpartnerschaften, diese Dualseelenbeziehungen werden auch so sehr glorifiziert, wie toll es alles ist und wie einfach es alles ist, wenn du es nicht lebst und wenn du es nicht erfährst. Ich kann dir aber eins sagen aus meiner Erfahrung, es ist nicht immer so toll, wie das nach außen gleich scheint, in deinem Verstand dargestellt wird. Ach, wie ich erst mal da wäre, alles wäre gut, ich würde mich wohlfühlen. Ja, es ist wie mit jeder Beziehung, es gibt Phasen, da fühlst du dich total wohl und es gibt Phasen, da fühlst du dich total unwohl. Und die Phasen, in denen es dir nicht so gut geht, das sind die Lernphasen. Die hast du in jeder Beziehung, mit jedem, mit allem und mit jedem. Auch deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Freunden, Kollegen, jemanden, den du draußen triffst, überall kannst du in etwas hineinkommen, was in dir als Schmerz da ist. Nun bin ich ein bisschen abgeschweift in meinen Erzählen, aber ich will zurückkommen zu diesen Fragen, die dich weiterbringen, die dich sozusagen auf den Punkt halten. Das sind die Fragen, die du dir stellst, was kann ich tun, damit ich weiterkomme? Wie kann ich aus der Bedürftigkeit aussteigen? Es sind ja auch Fragen mit was, wie und weshalb bin ich da noch drin? Wie du siehst, sind alle Fragen auch immer konstruktiv zu benutzen. Nicht alles ist nur per se schlecht oder gut, es ist die Verstandesorientierung, ja, das ist schlecht, das ist gut, diese Einkategorisierung in irgendwelche Kategorien. Alles nur denken, es ist nicht real, es ist immer, wie benutzt du ein Werkzeug? Mit dem Hammer kannst du jemanden erschlagen, du kannst aber auch sinnvollerweise Dinge konstruieren, Nägel in die Wand haben und ein schönes Bild daran hängen. Der Hammer ist nicht böse, nur weil du damit jemanden erschlagen könntest, wie gesagt, er ist ein Werkzeug. Dein Verstand ist ein Werkzeug. Beginne diesen Verstand zu nutzen als konstruktives Sinn und zielführendes Werkzeug, nicht, um damit irgendwelchen Grusche zu denken, dich in einer niedrigen Energielage zu halten. Die Aufgabe ist tatsächlich den Verstand wieder zu erkennen, was er für ein Werkzeug ist, welches Potenzial in diesem Denken auch steckt und dann dieses zu nutzen für dich persönlich, um weiterzukommen. Eine andere Geschichte, die der Verstand natürlich auch sehr gerne macht, sind Hochrechnungen. Du hast etwas erlebt, das war nicht gut und nun erlebst du eine ähnliche Geschichte und der Verstand rechnet schon mal aus, ah, ich bin wieder einem Mann begegnet, der wieder so egoistisch ist. Das kann nur so und so enden. Also die Hochrechnung zielt quasi darauf, das ist mal so wahr und dein Verstand sagt, pass mal auf, das wird auch wieder passieren, weil du kennst das ja schon, das ist ja schon Erfahrung und aus dem Grund warne ich dich schon mal vor. Eine super Einrichtung im Grunde. Wenn du es aber dann nicht hinterfragst und sagst, warte mal, ja gut, das war der Mann damals, aber jetzt habe ich ja einen anderen, es fühlt sich ja auch nicht gleich an, ich lasse es erst einmal dahingestellt, ob das so ist, sondern gehe mal erst den Weg weiter und mache meine eigenen Erfahrungen und verlasse mich jetzt nicht auf die Verstandesaussage. Ganz, ganz wichtig, weil der Verstand ist Analyse, er rechnet hoch, er guckt genau hin und sagt, okay, das war so, das könnte so werden. Es ist aber nur eine Hochrechnung, genauso wie bei den anderen Dingen, es wird immer hochgerechnet, was könnte passieren? Es ist nicht die Realität. Erst wenn die Wahl entschieden ist, wird genau gesagt, so und so ist es. Die Hochrechnung ist zwar schon ziemlich annähernd, okay, bei der Wahl mag das stimmen, bei den Wahlauszählungen diese Hochrechnung und es wird also quasi eine Analyse gemacht, nur bei dich persönlich in deinem Verstand, der rechnet nur von deinem Denken hoch, er nimmt ja nicht andere Personen mit dazu. Das heißt, deine Hochrechnung in deinem Verstand ist nicht so genau wie die Hochrechnung bei einer Wahl, wo man eben einfach mal querbeet fragt, so rundum, wie hast du gewählt, wie hast du gewählt und du gewählt und macht daraus eine Hochrechnung. Die mag schon annäherstimmen. Deine Hochrechnung vom Verstand geht von deinem Schmerzpotenzial aus und das ist nicht eine optimale Art, den Verstand zu nutzen. Also hör auf, irgendwelche Hochrechnungen zu machen und zu sagen, na, es wird ja wieder schlecht enden, weil du weißt, der Resonanzgesetz, wo du hinschaust, kommst du hin. Ganz wichtig. Ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das andere, was der Verstand auch sehr gerne macht, ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich da und da hinkomme? Tja, gute Frage. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, je intensiver du dran bleibst. Je weniger du an der Sache arbeitest, umso weniger kommst du an. Ist ja logisch. Angenommen, du willst nach Paris fahren, mit dem Auto, wo ist aber irgendwie weit weg, brauchst du ja gewissermaßen Zeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du schnell ankommst, ist, wenn du konsequent weiterfährst, nicht lange Pausen machst und nicht noch da Rast machst und da ein Schwätzchen hältst und da mal in den Ort fährst und mal das Nebending anschaust und vor Paris auch nochmal abbiegst, dann dauert die Reise nach Paris eben vielleicht drei oder viermal so lange. Also wenn du direkt die Autobahn nimmst, nur mal kurz am Rastplatz anhältst, um zu essen und aufs Klo zu gehen und wieder weiterzufahren. Ja, also auch da ist alles entscheidend, wie gehst du an die Sache ran und inwieweit verlässt du dich auf diese Hochrechnung deines Verstandes und auf diese Wahrscheinlichkeitsrechnung deines Verstandes? Glaubst du dem oder stellst du es erst einmal in Frage und sagst, ah, mal abwarten, mein lieber Verstand, ist das überhaupt so oder rechnest du mir wieder mal irgendeinen Quatsch vor? Das nächste, was auch sehr kontraproduktiv ist, der Verstand versucht sich vorzustellen, wie etwas werden könnte, wenn er erst einmal da ist und das und das erledigt hat. Ah, ja, ich kann dir eins sagen, auch das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und geht nicht von den Fakten aus, weil er hat diese Fakten ja nicht. Der Verstand geht von Fakten aus, die er sich hochrechnet, wie es sein könnte, wenn ich dann schon da wäre, hat aber diese Erfahrung im Leben noch gar nicht gemacht. Plakatives Beispiel, du fragst dich, ich habe Bedürftigkeiten, ich möchte meine Sexualität in meinem Seelenpartner leben, möchte die Nähe spüren, dass er da ist, mich mit ihm kuscheln, jetzt für dich arbeite und wenn ich dann endlich mal angekommen bin in meiner Selbstliebe und vollkommen eins bin mit mir, ja, wie ist es denn dann? Habe ich es denn dann? Bleibt denn dann die Sehnsucht? Was mache ich denn dann? Ich will doch schließlich da ankommen. Werde ich es denn noch haben? Wie ist denn das dann später? Und du kannst dich in diesem Gedanken total verlieren und fragen, naja, wahrscheinlich ist es nicht so und dann bin ich zwar bei mir angekommen und fühle mich zwar mit mir gut, aber immer noch kein Sex und immer noch keine Sexualität mit dem geliebten Menschen, kein Kuscheln, kein Lachen gemeinsam. Stopp, kann ich nur sagen. Stopp, 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 stopp. Es ist eine totale Hochrechnung, die auf gar nichts gründet, auf Sand gebaut. Der Verstand hat es nicht erfahren, er ist nicht da, du bist noch nicht bei dir angekommen, du bist noch nicht vollkommen mit dir im Klaren, im Eins und fühlst dich total wohl mit dir, so wie es ist und bist annehmen dessen, was ist. Du bist ja noch nicht da, aber rechnest schon mal, die auswiesen werden könnte, wenn du dann da bist. Ich sage dir nur eins, es ist eine totale Energieverbeutung. Nutze diese Energie doch bitte so, damit du dort ankommst bei dir, in der Selbstliebe. Und dann wird sich alles neu sortieren, wenn du dann endlich mal da bist, wird sich diese Frage total erübrigen, weil dann ist da keine Sehnsucht mehr, dass du im Außen etwas brauchst. Dann brauchst du keine Kuscheleinheiten mehr. Du bekommst sie, aber du wirst sie nicht mehr brauchen. Du fühlst dich geliebt. Du musst nicht darum betteln, dass du dich geliebt fühlst oder was tun, damit du Liebe erhältst. Du fließt dir einfach zu. Nur der Verstand kann es sich jetzt nicht vorstellen. Also bemühe dich gar nicht darum, es dir versuchen vorzustellen, weil du kannst es eh nicht. Schmeiß das Ganze mal weg, kümmere dich um die Arbeit, die ansteht. Das heißt, geh weiter. Schau dir an, warum du diese Hochrechnung machst. Ist es die Angst, du könntest nie da landen? Du könntest den Weg nicht schaffen? Ja, und dann hast du schon deine Aufgabe. Kümmere dich um die Angst dahinter. Wirf das mal weg. Geh damit in die goldene Kugel und arbeite damit. Ganz wichtig. Wenn du das tust, wirst du auch kontinuierlich weiterkommen. Und dann, wenn du dann da angekommen bist, wo du hin möchtest, können wir gerne nochmal drüber reden und du wirst mir garantiert bestätigen, ja Helga, du hattest total recht. Ist alles nicht mehr da. Die ganzen Erwartungen, Ängste, nö, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, sie jemals gehabt zu haben. Ja, ihr Lieben, so ist das mit dem Verstand und dem Denken der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dem ganzen dahinter versteckten, ja, Schlammassel, was dir immer wieder den Weg sozusagen, auf den Weg gelegt wird und dir den Weg auch leider etwas erschwert, wenn du nicht ganz konsequent wirst und sagst, weißt du was, mein lieber Verstand, was ich auch machen durfte, halt einfach mal deinen Mund, deine Klappe, ich trete mal den Hintern, interessiert mich jetzt einfach null und gar nicht. Und das musste ich wirklich täglich machen. Und erst als ich es ziemlich lange täglich gemacht habe, hat der Verstand gesagt, naja, irgendwie komme ich da nicht mehr so richtig durch, macht es auch gar keinen Spaß mehr, da irgendwas hochzurechnen. Ich glaube, wir lassen das einfach. Machen wir lieber die Aufgabe, die wir gut können, das tägliche Leben managen, organisieren, gucken, das und das. Da werde ich weitermachen, aber die Hochrechnungen, die Wahrscheinlichkeitsrechnungen bringen tatsächlich nichts. Also mein Verstand wurde tatsächlich einsichtig und deiner wird auch einsichtig werden, wenn du ihm ganz klar in die Schranken weißt, aber das darfst du halt tun. Und zwar tagtäglich, jederzeit, wenn du es feststellst, mit wachsender Begeisterung. Ich wünsche dir auf diesem Weg ein gutes Gelingen, dass du erkennst, wann du im Verstand bist, dass du siehst, wann du wieder mal eine Hochrechnung machst, die dich nirgendwo hinbringt, weil du dich wieder selbst in den ganzen Schmerz hineinreitest, über Fragen, die dich nirgendwo hinbringen, wieso, weshalb, warum geht es nicht weiter. Ich könnte sagen, warum es nicht weitergeht. Du bist auf dem falschen Weg, ganz einfach. Geh auf dem richtigen Weg zurück und du kommst weiter. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lass es dir gut gehen. Herzliche Umarmung und ich sage mal Tschüss, bis zu einem nächsten Video. Deine Helga. Ciao. Deine Helga. Deine Helga. Untertitelung des ZDF, 2020